hallo und herzlich willkommen bei RedDocGamble. Ich bin heute wieder auf die anderen Ticket und heute habe ich das Spiel CSR Race 2. Ich starte das Spiel und mache voll betreiben und dann müssen wir, so wie immer, ein bisschen warten bis das Spiel da ist. Oh, das ging auch schnell. Letzten zwei Tage habe ich leider nicht aufgenommen. Ich war krank, Magen, Darm, lag im Bett. Naja, kennen ja die meisten von euch. Aber jetzt geht's los. Ich habe zwar die Tickets geholt für die letzten zwei Tage, aber ich habe nicht wirklich gespielt. Ich habe nur das Spiel angemacht. Laufen lassen, dann später ausgemacht. Fortfahren. Warum ist das Spiel immer so langsam und hat immer so lange Ladezeiten? Ich habe nur drei. Ich bin auch gar nicht gefahren heute. Na, was muss ich denn jetzt machen? Genau das habe ich noch. Das wird mir vorgeschlagen. Mit 2000. Das wären dann 11%. Der Motor. Oh. Ja, man war Motor sauber hier. Null, gar nichts von beiden. Okay, dann müsste ich jetzt einig tun, warten und 29 Minuten. Boah, 10. Das ist ja mein Eis. Können wir zwei Ranglisten rennen. Äh, Ranglisten rennen. Zwei Ranglisten rennen. Zwei Ranglisten rennen. Blöde, blöde. Ranglisten rennen. Das waren doch erstmal schon, was da für 14 ist. Warum ist hier kein Sound? Ist doch drinne. Ach so, ich habe meine Box aus. Gut, 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 gut. Dann ist ja alles gut. Sollte 1, 2, 3, 4 stück habe ich. Verbessern. Da kann ich was verbessern, Reifen, nein, ok. Das erstmal wegxen. Einmal gratis nehmen. Hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich auch nicht. Nein, danke. Ok. Lamborghini habe ich nicht. 200 Bronx habe ich. Kann ich nur davon 2 holen. Hab ich nicht. Ferrari habe ich. Ein Auto K2. Liefer. Was für ein K2 habe ich. Oh, schüttel. Nein, danke. Ich kann mir nochmal kaufen. Werden wir gehen. Geld. Geld. Geld kann ich gebrauchen. Ich brauche bald mehr Platz in der Garage. Also. Ja. Gut. Tut 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 Ok Events Hub, ok Profi-Liga-Verband, da will ich gar nicht hin. Ich wäre jetzt noch ein bisschen hier umspielend. Die habe ich alle fertig gehabt hier, die habe ich auch alle fertig gehabt, darum kriege ich immer wieder neue Autos, hier war ich mitten drinnen gewesen, da komme ich nicht weiter Dann mit meinem Mercedes, ja, passt schon zurück. Ich habe wieder eine Quest fertig. Ich hänge nämlich schon wieder da hin, ach Mensch, da mache ich halt eine Fahrt. Deutschland England, Italien, Deutschland. Hm, zweimal Deutschland. Nürburgring Zurück, Wind zeigen. Zum Rennen. Dann fahre ich mal ein Rennen. Ach je. Ich weiß gar nicht mal wie das ging. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, alles gut. Ich weiß gar nicht. Ah, das war das. Geh los. Ja. Das war doch gar nicht mehr. Hey, verloren. Ah, trotzdem. Oh. Kickwatch. Das Spiel ist so lecky. Zwei Ranglisten ziege brauche ich. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, das war alles. Verbessern. Die Corvette. Aber ich glaube, ich setze mich lieber ins andere Auto. Auto kaufen. Das sieht cool aus. Kaffir. Und wo ist der neue Kaffir? Ja. Hmm. Hmm. Keine Ahnung. K5. Drei neue Autos. Brauche ich nicht suchen. Das wird mir bestimmt nicht angezeigt. Aber jetzt haben wir die Zeilen aber wenigstens weg. Die irritieren mich nicht mehr. Ja. 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 Anderes Auto. Ja. Ja. dem verkauf ich ich rüste den aus 1 2 3 4 5 genau ich kann das nicht verkaufen ach mensch jetzt sitze ich drin oder dann nehme ich ich glaube den ja und wir gehen in der welt der rennfahrer rein zum rennen und suchen ranglisten fahrten nein ich brauche ranglisten live rennen das ist neu das ist ein grünes hell rennen des tages pro league europas jahre lieferanten gab ich glaube die meinen das hier mit ranglisten sieg ich brauche zwei siege das ist ein grünes hell das ist ein grünes hell november gelb schwarz twilight gd das ist ein grünes helles das ist ein grünes helles das war was ja gut noch ein versuch das ist ein grünes helles 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 hell Go, go, go. H.S.K. 001, go, go. S.K. 001, go, go, go. Oh, der hat noch keine Nummernschild. Das heißt, ich könnte vielleicht gewinnen. Aber er hat schon das Zeichen hier. Das heißt, seiner ist schon ganz aufgewertet. Also das heißt, ich könnte doch verlieren. Er hat nur kein neues Nummernschild gemacht. Muss man ja auch nicht. War ja klar. Ich bin nur an verlieren. Okay, ich würde sagen, ich möchte keiner mehr gegen mich kämpfen. Ich habe drei Rennen gemacht, drei verloren. Weil die letzten zwei Rennen waren schon besser. Ab da wusste ich auch wieder, wie es ging. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Obwohl, ich könnte noch mal kurz Rennen probieren. Mit meinem K2er, mit dem Ferrari. Garage. Den kann ich aber noch aufwerten mit meinen anderen Sachen, die ich gekriegt habe. Das wird jetzt spannend. Uiuiuiuiuiuiui. Reifen. Okay. Ich krieg mir das was, wenn ich... Nee. 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 Neu einstellen. Huuu. Ah, da geht es wieder runter, da geht es wieder hoch, wieder runter. Hoch, runter, hoch. Junta. Okay. Na ja, egal. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Ich fahre doch nicht mehr, wird sonst zu lange das Video. Ich sage immer ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf die nächste Seite seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Tsch.